Hallo, hier eine neue Ausgabe des Ein-Minuten-Stars. Heute mit Friedel Morgenstern. Tada! Äh, okay, damit hab ich jetzt nicht geredet. Hallo Friedel, wie geht's dir? Gut, danke. Und selbst? Äh, äh, auch so, ich krieg dich irgendwie gar nicht... Ah, da bist du. Ja, was hast du denn schon gemacht? Wofür kennt man dich? Ich sprech Anna-Sophia Robb und Abigail Bresslin schon sehr lange, Olivia Cooke neuerdings. Ähm, und, äh, mach sehr viel für Kinder. Zum Beispiel die bunte Seite des Mondes. Okay, und so Zeichentrick-Sachen noch oder Anime-Sachen? Das war animiert, ansonsten Mia & Me kennen auch viele Kinder und, äh, den ein oder anderen Anime hab ich schon gehabt. Und du singst ja auch viel, ne? Sehr viel, ja. Singst du auch in Serien, in Filmen? Ich singe auch in Serien und Filmen. Zum Beispiel? Sophia die Erste, Doc McStuffins, Sheriff Kelly. Okay, das war's schon wieder. Schalten Sie morgen wieder ein, wenn es heißt Der Ein-Minuten-Star. Tschöö!